Herr Gellandorf hat eben in einem Statement gesagt, er habe Sie hier getroffen und habe mit Ihnen gesprochen. Können Sie nur sagen, was der Rahmen des Gesprächs war und der Inhalte? Was haben Sie dazu mitgenommen? Er stand in meiner Nähe und hat auch zwei Sätze gesagt, aber das war das Gespräch. Ich halte es für richtig, dass es ein ständiges Gespräch gibt, in dem wir auch genau die Fragen diskutieren, die wir unterschiedlich sehen. Und am Ende muss es ja irgendwann einen Moment geben, in dem Russland einsieht und akzeptiert, dass es jetzt aus dieser Situation herauskommen muss.